Was geht ab? Zu ne weiterer Runde. Overwatch ranked. Wer ist mein DPS Partner? Oh nein. Ach nee. Du schon wieder. Muss ich wieder alles carryn? Tega, ja. New Queen Street. Ihr habt gesehen wer die meisten Kills hatte. Die wenigsten Tode, die meisten Assists. Ihr habt hoffentlich auch King's Row gesehen. Ja, wo er Support war und weniger Kills hatte als ich. Ja, genau so war's. Hattest du. Das war King's Row. Du meinst ne andere Map. Welche Map meine ich denn? Ja, du meinst. Sag ich den. Scheiße. Welche Map meine ich? Ach ja, King's Row war ja die Runde. Stimmt. Oh Gott, warte auf, hab ich den richtig aufgeräumt. Ja, guck uns mit den King's Row an. Und Esperanza auch noch. Nee, es war das doch nicht. Nee, es war das doch nicht. Nee, es war das doch nicht. Aber ihr könnt ihr die letzte Runde mit Widow Maker angucken. Nicht rauskommen, nicht rauskommen. Nicht rauskommen. Da hat jemand von uns sehr viel Spaß gehabt mit der Widow. Tega. Okay, warte mal ganz kurz. Die Scheiß. Turret da oben. Okay. Hm. Du brauchst du nicht runter. Ich will kurz Turret. Da kommt die Tür, weggepeit. Wir sind turret. Der hat den sich auf Kürner. Der hat den schon so dummer Charakter, ne. Digga, die schmied sind top. All das sind top ... sind ja, der will sie mich verarschen. ich kann nicht mehr rauskriegen ich brauche hier nicht um du hast dich um lang gehen ich sehe alles ich sehe alles da steht eine drei dinge auch von sim und das hoffte drei was von sim alter ich kann aber auch nicht auf den serien gehen weil ins das top holt und der top auf mich schießt das unmöglich das unablier ab diesem heilung hallo heilung heilung gibt es nicht dankeschön heilung gab es ob ich hab das sicher okay das also das tor kann eigentlich die offen schießen das tor hört kann eigentlich nicht auf mich schießen das hat aber auf mich geschossen war es unsicher oder was hat war schön hast du live in 4k hoffentlich gesehen ja ich habe nur die szene gesehen wie er gestorben ist aber wie du ihn gekillt hast er wurde einfach gelöscht aber es wird gehackt aber es tut nice abgierigur heilung 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 habe ich weiß alter ort ich hab was ich habe so hat mir sollt und wir haben den punkt oder nein doch meine überraschung ist schon geil gut gefockelt warum warum geht auch nicht was hat aber mir geweck von mir sich mal geweckt der hat was gegen mich der was gegen mich der signal alter alter so die kombus hat absoluter counter weil ich kann nichts machen dagegen ich krieg ein schaden mein heck wird abgebrochen um alter ich der send ist bei uns der send als ob das über der sender gerade hier ja also ich kriege von überall schaden und auch keine heilung der zeit wo ich unsichtbar war war ich vielleicht weiß ich sieben oder acht mal aus mann uns rauskommt weil ich wende ein durch ein 80 shot getroffen wurde oder sowas also was das heißt machen wir dasselbe echt warum nicht ich meine ich bin dabei aber da müssen wir auch können wir jetzt erst im rennen wer zuerst da ist ja wo machst du dein zinn ich fühle uns da hoch gleich tp ok jetzt direkt hoch jetzt perfekt meine turist rum auf bin aber hab live weiß so leute da man tut das wird gelüft heilung ist sehr schön aber ihre diese die 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 nicht mal gegen mich aber also nicht wer ist mir sie dann schön schön das schild ein bisschen halt nun bitte hallo ich habe den tank gemein aber ich bin der tod geiles turk der tür ist auch der endgegner für die und die sind für mich ihr kommt hier nicht drauf so tut es weg größer das ist nicht gut ich habe auch geholtet sie war tot das ist doch dumm von ihm die ganze zeit also die ganze runde ist eigentlich nur beim töten repariert das macht welcher vielleicht einmal selbst geschossen das war es dreimal selbst geschossen ja also er hat er es war mir er ist gerade rünsten gegangen das hätte ich gerne gesehen das hätte ich gerne gesehen der schreibt rein und wird einfach wirklich gemeldet bleiben wir weiter wollte ich dich gerade fragen okay ich wollte dich gerade fragen master goldner fragt heilung gut ja ich glaube der andere muss aber nur mehr heilen ja genau es liegt am anderen aber hätte hätte ich jetzt gesagt ich habe mercy impact auf die verbarung gespürt ich auch ich wollte ich habe das da oben drauf und ich glaube ich habe es auch punkte ich bin das nicht klappt der ins encounter sind aber okay wie ich report unsere mercy mercy kriegt so hat report mercy kriegt so hat report für dieses move nur ist die hallo heilung wirklich unsere mercy hallo mercy es ist schlecht weil das ist kann nicht höher als gold 4 sein und support ich bleibe noch ich glaube ich glaube deren lucio freut sich jetzt auch wahrscheinlich einen keks heilung heilung was hat er gegen mich wer weg rennt ich habe den winston zuge ich habe den winston geultet so verdient geil roter geh erstmal in die old von tor brian weist gut gemacht ich habe die spiel und ich habe die spieligkeit der heilung ich mag die heilung nicht diese runde ja nicht nein der kommt hierher lucio swan leute ist er in der ecke und er wollte sich in der ecke safen gehen nicht mehr hinterher gehen der rösser ich glaube mit dir aber bis hinter der bin nur kommt schon japan den solo ultig wenn ich noch ult bekomme den solo ultig wenn den lucio ja was hat er dir getan das sehen aber die verhaltung geil ja haben wir haben sie jetzt immer der labe eingesperrt ja play also gehen ja ok die wird gelöscht ich wollte ich wollte dass ich die bank wollte master blöden du hast die wahl mich zu heilen gesehen warum läufst du mit mir ich hab doch gesagt laufen die mit mir ja bei mir wäre gut gewesen nein das wird man tot natürlich ist ja nicht also master gott hat so gut gott gott goblin das war meine beste runde da ich wurde auch hart gedürft auch nicht auch lange nicht gespielt hauptsache besser ich habe lange nicht gespielt und ist der kd aufsache die bessere kd der arme der unsichtbarkeit kriegeself warum das 33 stehe ich und damit dafür zu gucken bis zum nächsten mal